Lehrveranstaltungen mit immanenten Prüfungstraktoren werden momentan nicht im Universitätsgesetz geregelt. Das führt dazu, dass uniintern die Auslegung sehr unterschiedlich gehandhabt wird, was zu unterschiedlichen Anwesenheitspflichten und verschiedenen Handhabungen bei Ersatzleistungen in der Zahl, Umfang und der generellen Möglichkeit führt. Es ist daher wirklich nötig, dass mit der Novelle des Universitätsgesetzes eine klare Regelung für Lehrveranstaltungen mit immanenten Prüfungstraktoren eingeführt wird, um uns eine gewisse Rechtssicherheit diesbezüglich zu geben.